Yeah, look at them abs, look at my Puller, look at my Armbanduhr, look at my Mercedes. Ich bin Business Spider-Man in meinem S500, bekämpfe ich sie alle. Wow, wow, alter, was zum... Habe ich dir gerade eine Kopfnuss gegeben? Ja, das macht aber Spider-Man echt. Spider-Man schwingt sich durch die Lüfte. Hä, nein. Ja, Moment, ich muss hier was gucken. Was willst du? Oh. Oho. Wow. Stopp. Wee. Was zum Teufel? Alter, wie schnell bin ich? Wow. Wee. Nein, nein, nein. Nicht ins Wasser. Ach, Mann. Fuck, komm ich da jetzt. Oh, yeah. Die Rolle hat's gebracht. Und nochmal eine Rolle. Und hoch da. Komm schon. F, F, F. Okay. Wow. Was war das denn? Alter, Meriwether. Und nochmal. Alter, ich hab sowas gegen Autos, Alter. Aggressionsbewältigung. Jetzt geht's mir besser. Scheiß SUVs heutzutage hier. Alle nur am Rum-SUVen hier. Scheiß Motorrad. Oh, Box-Training. Ja, Mann. Durch die Straße. Durch das Stoppschild. Oh. Ich bin gekommen. Huch, wo ist das denn hingelandet? Nein, das ist viel zu weit. Au. Physics. Und in die Fresse. Das macht Spaß. Okay. Aber ich bin ja Spider-Man. Ich tue ja eigentlich nur Gutes, oder? Oh. Nein. Nein, den lasse ich, oder? Der ist so süß. Aber du Scheiß, Alter. Die Faust weg hier. Scheiß. LKW-Transporter-Unternehmen. Weißt du was? Stehst du auch hier am Weg rum, Mann. Ich verprühe gerade einen LKW. Ich kann mich also, wenn ich... Uh. Ja, 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 ja. Oh, yeah. Oh, shit. Oh, oh, oh. Wow. Wow. Ja, Mann, Alter. Davon rede ich. Das ist der Spider-Man, wie wir ihn kennen. Oh, hier. Guck mal. Nein. Fast. Okay, komm schon. Hoch, 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 hoch. Wooh, komm schon. Jawoll. Alter, nein. Alter, ich wollte hier hoch. Ja, fast. Denken. Oh. Geil. Oh, wie eine Spinne. Zack. Nice. Alter, das sieht cool aus. Das sieht nicht so cool aus. Alter. Was macht er denn? Oh, ja, Mann, ganz casual. Hä? What? Wie habe ich das geschafft? Hallo? Wie habe ich das denn geschafft? Wie habe ich mich denn da reinge... Ey, was ist jetzt los? Ich glaube, die sind sauer auf mich. Was hast du vor? Was hast du vor? Ich würde dich nicht mit mir anlegen. Jetzt wird es witzig. Wer schießt denn hier? Hallo? Ich glaube, das hätte die ja nicht tun sollen. Wie geil. Ohlala. Ey, das würde ich lassen an deiner Stelle. Das würde ich sowas von lassen. Ja, ich bin f***ing Spiderman. Upsi. Ups, 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 Ups. Das macht doch mehr Spaß. Alter. Das Ding fliegt ja durch die halbe Map. Okay, was ist... Ey, hast du mich gerade angefahren und ich bin stehen geblieben? Alter, da war gerade gar keiner drin. Und jetzt ist da garantiert keiner drin. Alter, wie weit das geht. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich gleich richtig Spaß. Du stehst zur falschen Zeit, auf falschen Ort. Okay. Alter. Okay, warte. Alter, ich kann an dem Ding dranbleiben. Ich prüge mich einfach durch die komplette Stadt durch. Ist das cool. Alter, ist das jetzt nicht. Okay. Ja, man. Spiderman. Für ihre Sicherheit. Ich bin Spiderman. Ich zerstöre alles um mich herum. Was gar keinen Sinn ergibt. Und ich fall hin. Und ich bin tot. Kann ich irgendwann noch... Alter, jetzt sag nicht, ich kann noch schneller rennen. Okay, rennen. Wow, Alter. Übertreib halt. Guck mal, jetzt bin ich gleichzeitig noch Flash. Ich bin zwei Superhelden in einem. Oh, ich muss schnell wohin gehen. Lasst mich in Ruhe. Oh, oh. Meisterhaft gelandet. Okay. Ja, bis jetzt alles, was man von Spiderman kennt. Yeah. Oh. Au. Ich bin voll auf dem Schild gelandet. Aua. Das tat in die Nüsschen weh. Wo ist denn jetzt hier jemand, den man mal... Ah, ich glaube, du bist zur falschen Zeit hier, Junge. Hast du gemerkt? War richtig schlimm, warte. Hey. Sollst du dich nicht umwerfen, warte. Nein, jetzt renne ich weg. Mann, jetzt zoome mir nicht vor. Boah. Das hat er einfach ausgehalten. Ja, so... Wo kommst du jetzt her? Ja, du machst das schon. Äh, wenn ich dieses Auto nehme... Aha, aha. Okay. Jo, jetzt renne ich damit rum. Kann ich nicht springen. Entschuldigung, ich muss hier durch. Kann ich jetzt eigentlich noch eins nehmen? Huch. So, und dann so. Nein. Nein, 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 nein. So, und dann... Jetzt bin ich bei den Paschulkes. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Nimm einen Apfel, steck ihn in die Tasche. Nimm einen Apfel, steck ihn in die Tasche. Ach, Spidey, ich glaube, das wird nichts mehr, oder? Alter, geh runter. Was war das denn? Eine Sache fehlt noch. Und zwar gibt es ja bei Spider-Man auch den Spidey-Sense. Also diese kurze Zeit, wo er in Zeitlupe alles mitbekommt. Und sich eventuell wehren kann. Das probieren wir jetzt mal aus. Uuuuh, sexy ass abs. Durch alles durch, what the f***? Das hätte doch zehnmal kaputt gehen müssen an dem Baum hier. Dich krieg ich und hau dich kaputt. Das sieht echt cool aus. Aua, aua, aua an dem Bordstein, okay. Warte, das müssen wir gleich nochmal probieren. Hier, oh nein, nicht gegen die Palme, nicht gegen die Palme. Okay, gegen das Auto, yeah. Uh, was ist da denn los? Da brennt es. Ich muss da hinrennen. Nennen, nennen, nennen und draufhauen. Alter, das sieht echt cool aus. Mit den Partikeln. I can roll at the Bowden. Im Auto drin und zack. Alter. Look at this Zerstörung. Und es explodiert. Ich muss dich kurz stören. Ah! Höh? Ja, was? Ich mach hier Forschungen. Hä? Uh, das ist aber unvorteilhaft, mein Guder. Ähm. Was? Was ist jetzt passiert? Warum bin ich... Hä? Warum bin ich jetzt ein GTA-Guy? Halt die Fresse. Hä? Ich hab keine Power mehr. Ich hab keine Power mehr. Nein! Scheiße, ich muss wegrennen. Ich muss wegrennen. Nein, 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 nein. Ich bin gerade ohne Power. Ich bin gerade ohne Power. Ah! Okay, Moment, Moment. Spider, Spider, Spider. Spidey, Spidey, Spidey. Komm, 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 komm. Ich glaube, jetzt müsste ich sie wieder haben. Ja, das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Was habe ich gerade gemacht? Moment. Moment, ja. Erstmal muss ich mich wieder richtig anziehen. Ah, okay. Spider-Man wird aus mir rausgeprügelt. Und übrig bleibt der Dude. Ah! Ich hab die jetzt miteinander verbunden. Das ist ja witzig. Wow! Alter, wie cool! Oh, oh, oh. Ich sehe gerade ganz viele Möglichkeiten. Ah! Okay. Alter. Okay. Au! Ich wurde schon... Alter, wieso verwandle ich mich jetzt immer in den Typen? Weg hier. Also meine Erfindung in Ruhe. Hilfe! Ich muss... Ey, das gibt es noch nicht. Alles gut. Setz dich wieder hin. Was machen die ganze Geräusche? Willst du weglaufen? Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Wow! Dazu gehen wir mal das Ding da oben treffen. Oh, 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 oh. Geht die Asche jetzt ab? Nein! Geht die Asche jetzt ab? Ja, das war natürlich jetzt nicht geplant. Äh. Ist die Aufnahme sicher? Ja. Ah, die Aufnahme ist sicher. Okay. Okay.